Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ist ein Glanzstück, fällt auf, aber es wirkt nicht billig, also alles gut. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall eine schmeckende Jeans. Sehr schön. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.